hey leute ich muss euch leider sagen dass wir gerade 48 minuten csgo aufgenommen haben die erste datei ist nicht in ordnung allerdings dafür die zweite und die zweite datei hat aussehen dann preps mit der integrierten onboard sound was auch immer aufgenommen es wird jetzt erst mal dieses commentary also die ersten vier folgen wird sehr wahrscheinlich unkommentiert geben da werde ich nur das hier vorschneiden und das dann natürlich in vier minuten aufteilen so dass wir dann zwölf minuten habt und mit intro und kursen zu 13 minuten ich hoffe euch gefällt trotzdem dann diese folge wir haben nicht gewonnen sah so aus als wenn wir gewinnen würden nur wir waren einfach zu möglich mein aiming ist auch besser geworden bzw mein aim ist besser geworden ja was soll ich dazu sagen ich habe ein paar skins gezogen dass ich die ganze zeit jetzt gesagt habe und ja oder city hat es leider als 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 ACV oder ACI datei abgespeichert und das kann ich leider nicht verwerten und darauf habe ich nicht geguckt bin einfach zurückgegangen vom arsch ja ich hoffe euch hat es trotzdem irgendwie gefallen das video wenn ja das ist eine positive bewertung da und ich werde mit musik in dem unterhalten hat da müssen wir mal was guter aber die werden eben darauf antworten auf b gehen und diese beiden aparten apartments da kommt was da ist links ab Da-da-da-da-da-da Pst! Sinn! Hab einen! Einer ist Hausmeister dran! Aber dauernd? Einer! Wieder einfach sofort mit Skrill und Eck. Sag mal, Leute! Ich weiß nicht, nein! Dick! So! 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 Warum sind wir alle hier, meine Güte? Ah ah! Warum schon mal laufen in seinem Fleck? Weißt du, das Ticken nicht, was du? Das piepst nicht bei der Baumgäste! Was? Was? Ich dachte einfach, es lebt nur noch einer! Mann, nee, ist mein Echo! Wo ist mir egal, ich bin aber! Echo! Ach, kein Echo! Nein! Was glaubst du nicht? Ich sag, Echo, aber ich kaufe immer trotzdem eine Kevlar! Das ist keine richtige Echo mehr! Ja! Das war auch nie was von dem richtigen Echo erzählt! Du konntest dich einfach mit auf B! Du musst mich hochpushen! Nee, du konntest dich mit auf A! Ja, wenn ich, äh... Ich komme, äh... Bummisdown! Ja, ich komme! Was? Geh mal aufs Spot! Geh mal aufs Spot! Geh mal aufs Spot! Geh mal aufs Spot! Oh, stimmt doch, du! Mann, was ist das denn? 51... Oh, Gott! Ich hab' neun, was du drauf! Nee, du kommst jetzt mal mit! Okay! Auf A! Auf A? Ich bin jetzt die Zeit A! Ja! Geh hin lang! Ich mach' was Whisky jetzt! Ne? Du, 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 du... Hier hin! Was denn? Hier hin! So hoch! Ne, weiter nach vorne! Lehn' ich mal hier vor! Ich komm! Mhm! Hä? Du spring! Junge, warum tüchst du dich? Weil da ist der HE! Das lohnt sich nicht mehr! Ja, es lohnt sich nicht mehr! Ja, es lohnt sich nicht mehr! Ja, dankeschön! Die kommen nur alle, ne? Naja, verspricht schon auf B. Wir sind Apartments. Hm. Und ich will drücken. Jo! Genau! Ach man! Entschuldige, ich hab' ja schon ziemlich was! Einer war Apartments! Der kommt jetzt raus! Der ist rausgesprungen! Das guck! Du hast... Du hast daneben gezielt! Scheiße! Du hast nicht mehr gebeten. Wie geht's nicht mehr. Das ist scheiße! Du hast nichts mehr gebeten, weil du es dein Körper machten. Du hast dich schon gemacht. Danke! Du hast dich nicht mehr gebeten. Du hast keine Komp generous gesprungen. Du hast dich nicht mehr gebeten. oh scheiße so kommt es auch mal mit Niki kommst du auch mal mit du musst stehen bleiben und ich springen dann wieder runter in die Hocke gehen du hast gesagt so ja ich springen und dann bleiben automatisch hier wenn ich will in die Hocke so jetzt springen so danke so ist ja zum Köder warum stehen wir alle hier hier ist schon so wie die diese bekommt daher kommt da jetzt wir kommen nicht sofort an der eine kommt aber hat man so Scheiße. Wann ist es gar nicht so klar? Ich hab schon wieder wie so'n Nudel, ey. Kaufen alle ne P90. Oder zu spät, ne? Ja, 40 geht aber. Es ist viel, viel zu spät. Meine Eltern. Sicher, ja. Man ist so lau, die gehen die ganze Zeit nur... Ah, Zillowbops. Mann, was brauchst du von P90? Jetzt, ja. Ja, genau. Irgendeiner von ihnen. Sobald wir auf Asen gehen, E.B. Das ist so witzlos. Warum? Und? Loll. Einer kommt ruine. Was für ein V? Es gibt kein V. Ich denke. Anhalten. ja erregelt In der Ehrlich? Ok, ich habe diese Runde gesehen. Denn er ist gemacht, glaube ich, ne? Ich habe diese Runde gesehen. 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 So nicht einmal, Sie haben dieses Runde gesehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020